Moin, liebe Märchenfreunde und herzlich willkommen zurück hier bei Gamings Märchen. Mein Name ist natürlich immer noch Kenny und wir müssen jetzt gucken, dass wir hier irgendwie mit heiler Haut aus Scarletz rauskommen. Überall sind hier jetzt gerade die Kumaren und ja, irgendwie müssen wir jetzt probieren hier am besten jeglichem Ärger aus dem Weg zu gehen, weil wir haben also gar keine Chance gegen die Typen. Und da wollen wir doch mal sehen, ob wir das hinkriegen. Da hinten können wir schon die ersten Kumaren wieder sehen. Nee, da rumrennen. Wollen wir doch mal schauen. Ah, okay, da ist einer. Okay, der lief da jetzt gerade über die Brücke. Was? Nee, nicht fassen. Wenn du bei mir bist, ist schon mal gut. Gucken wir einmal auf die Map. Also es gibt hier drei Punkte, die wir anlaufen sollen. Den westlichen, den südlichen und den östlichen Stollen. Und irgendwas sagt mir, dass wir uns eher an den östlichen Stollen halten sollten. Und deswegen werden wir auch gucken, dass wir hier vielleicht über den Flussweg oder so da hinkommen. Also, wollen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen. Mal hier rausschleichen. Okay, der ist da schon rüber. Okay, da sind auch schon welche unterwegs. Mal hier runter. Anschleichen. Okay. Der geht jetzt auch seine Wege. Die kämpfen da hinten, könnt ihr sehen. Am Fuß des Berges. Dann müssen quasi noch einen weiter und dann ins Wasser. Nicht diesem Wasserlauf, den nächsten müssen wir quasi nehmen. Mal gucken, ob wir hier ganz vorsichtig. Ich muss jetzt vorsichtig lang kommen. Okay, der ist da lang weggelatscht. Den anderen kann ich jetzt gerade... Ach, der ist da. Guck. Äh, Wächter plündern. Hat der irgendwas... Soll das noch dabei? Nö. Noch eine bessere Waffe vielleicht, ja. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ähm. Aber... So, wir sind Eichhörn, die rüste ich dann lieber auch aus. So. Dann wollen wir mal... weiter... dem Wasserlauf hier folgen. Bleiben wir einfach mal in dem Wasserlauf. In der Hoffnung, dass es gut geht. Das wird noch nicht gesehen oder gefunden werden. So hinterher, Spitzer? Ach, ich weiß es nicht. Sorry. Ich habe jetzt keine Zeit, darauf zu warten, ob du hinterher kommst oder nicht. Da braucht man auch nicht rein... Oh, verflucht, der hat mich schon gesehen. Nein. Nein. Ah, verdammte Hacke. Okay, nehmen wir doch den anderen Wasserlauf. Ich kann Spitzer-Diabyschen ablenken. Hoffen. Still zum Schluss. Noch scheint keiner zu kommen. Okay. Das ist schon mal gut. Okay. Okay, okay, jetzt sind wir schon mal hier. Spitzer ist sogar hier bei uns. Das ist auch nicht schlecht. So, was ist hier? Hier ist nix. Da ist auch keiner. Der Straße scheint jetzt auch hier gerade keiner zu sein. Gucken wir doch mal weiter. Wenn wir hier rumkommen. Also, da drüben ist ein Pferd. Wenn da drüben ein Pferd ist, ist da auch irgendwas los. Wir müssen hier rum, irgendwie um dieses Gebäude. Okay. Da sind welche auf der Straße. Also, schnell wieder hier runter in den Bach. Kann ich vielleicht hier irgendwie durch diese Senken hier? Kann ich da durchkriechen? Leider nicht. War da oben schon aber hier rumzulabern, so wie das klingt. Ah, okay. Die sind ja gerade reingegangen in die Burgweste. Gerade noch den Helm da rein wackeln sehen. Mal gucken. Ob wir hier vielleicht irgendwie rauskommen. Strand. Oh, da steht einer. Ei, ei, ei. Da steht einer. Wo ist denn den jetzt noch rum? Okay. Ja, 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 ja. Gucken. Ob wir hier nicht irgendwo den Fluss verlassen können. Jetzt werden wir ihn einfach umgehen. Ja, okay. Hier kommen wir raus. Jetzt haben wir weit genug Abstand zu Themen. Steht da hinten bei seinem Gaul rum. Soll er ruhig machen von mir aus. Das ist mir völlig Banane. Jetzt sind wir hier schon mal auf dem Weg. Okay. Jetzt haben wir die schon mal gegangen. Jetzt muss ich nochmal die Map checken. Oh, das war zu schnell. Ja, den Weg hier müssen wir auch hoch. Das ist der Pfad, den wir folgen müssen. Ich frage mich bloß, ob das so schlau ist, jetzt hier noch weiter auf dem Weg zu laufen. Nicht, dass wir hier durch den Command direkt in die Arme rennen. Schauen. Wollen wir mal schauen. Wollen wir mal sehen. Okay, ich gehe hier mal so ein bisschen seitlich, lieber. Vielleicht mal so ein bisschen in der Hocke. Ein bisschen leiser. Oh, ich glaube, da liegt schon einer. Mal gucken. Also fast da. Mal gucken. Du ahnst es nicht. Spiel gespeichert. Okay. Das ist ja erstmal positiv. Das Spiel gespeichert wurde. Ah, eine Cutscene? Vielleicht hatte ich recht in meiner Vermutung. Das wäre ja famos. Ich gehe hier. Ich gehe hier. Matthäus. Ei, ei, ei. Was ist mit deinem Vater und mit Stibor? Oh. Was ist mit Samuel? Er ist drinnen, aber... Aber warte mal, Teresa. Sie haben ihn ziemlich übel zugericht. Wir bringen dich zu ihm. Hier draußen ist es nicht sicher. Oh, Jemini. Ja, mach das. Teresa, Samuel... Samuel liegt dort drüben. Äh... Ich möchte dich etwas fragen. Ja, wir fragen dich mal. Ich möchte dich erst etwas fragen. Das ist Samuel zugestoßen, ja. Was ist mit Samuel passiert? Weiß ich nicht. Ich war nicht dabei, aber er muss hier in der Mine gewesen sein, als sie gekommen sind. Es war großes Glück, dass er überlebt hat. Ja, andere hatten weniger Glück. Wie viele seid ihr hier? Ein Dutzend oder mehr. Als es losging, flohen wir zu den Minen. Seitdem warten wir auf den richtigen Zeitpunkt, um zu fliehen. Okay, wie geht es jetzt weiter? Wie geht es weiter? Wenn es dunkel wird, schleichen wir uns raus. Hoffentlich sind diese Mistkerle dann mit Plündern abgelenkt. Und wohin sollen wir gehen? Das überlegen wir noch. Vielleicht nach Tallemberg. Woffner ist zerstört und sonst ist da nichts in der Nähe. Was, wenn die Schweine auch Tallemberg angreifen? Ich denke, Sasau wäre besser. Nach Sasau ist es weit, Fritz. Nur, wenn uns nichts Besseres einfällt. Mal sehen. Okay. Hab Dank. Ich sehe nach meinem Bruder. Geht nicht ohne uns. Theresa. Samuel, du lebst. Als du regungslos da lagst, dachte ich, dass du... Theresa, hilf mir. Bitte. Ich bin verletzt. Es tut sehr weh. Es tut sehr weh. Wo tut es weh? Über... Überall. Es ist schlimm. Theresa. Samuel, was ist? Theresa. Ich will nicht sterben. Oh Samuel, du wirst nicht sterben. Das lasse ich nicht zu. Ich bin bei dir. Zeig mir die Wunde. Hier. Es ist... Es ist schlimm. Oder? Sag dir die Wahrheit? Ist das halb so wild? Boah, ich hab keine Ahnung. Puh. Sag dir die Wahrheit. Ehrlich, ich werde am längsten. Komm. Ich... Ich weiß nicht. Da ist so viel Blut. Samuel. Wir müssen dich von hier wegbringen. Ja. Ja. Wie ist das passiert? Ah, Flucht. Diese Heiden stellten uns im Stollen. Bevor wir wussten, was da los ist, waren sie schon drin. Es war schrecklich. Wir konnten... Nichts sehen. Und wir... Mussten an ihm vorbei. Doch einer... Griff an. Ich hab... Ihn gar nicht kommen sehen. Es war so dunkel. Da war viel... Geschrei. Ganz ruhig, Samuel. Alles ist gut. Du bist ihnen entwischt. Ja. Diese Schweine... Hatten es auf das Silber... Abgesehen. Was ist mit Vater? Und Stebo? Wo sind sie? Wohl auf, Lügen. Sie sind tot. Kann ich ihn anlügen? Ach... Ach... Nee, komm. Ehrlich, werde am längsten. Oh, Samuel. Es tut mir so leid. Sie haben sie getötet. Beide. Ich war dabei. Und konnte nur knapp entkommen. Sind wir jetzt allein? Vater und Stebo... Sie haben Dummheiten gemacht. Große Gar. Denkst du, Gott wird ihnen vergeben? Ja, Samuel. Der Herrgott weiß, dass sie das Herz am rechten Fleck hatten. Sie sind jetzt bei Mutter. Mutter. Ja. Ja. Hör zu, Samuel. Wir müssen von hier verschwinden. Draußen wird es dunkel und eine bessere Chance kriegen wir nicht. Aber ich kann hier nicht weg. Du hast selbst gesagt, dass es ernst ist. Samuel. Ich... Kann nicht. Ich hab Angst. Ich auch, Samuel. Aber zusammen schaffen wir's. Und wir haben Spitze. War schön. Theresa? Was ist denn? Hab Dank. Wofür? Immer bist du für mich da. Als ich noch klein war und... Hör zu, Theresa. Falls... Falls ich es... Falls ich es nicht schaffe. Versprich mir, dass du auf dich... Hör sofort auf damit, Samuel. Bringen wir dich auf die Beine. Die anderen warten auf uns. Am Eingang der Mine. Komm. Ich helfe dir. Eieiei. Wohin wollt ihr gehen? Nach Rovna und dann weiter. In der Gegend scheint es etwas ruhiger zu sein. Aber Theresa. Was ist mit Samuel? Samuel? Der kommt natürlich mit. Theresa. Er wird den Marsch nicht durchhalten. Er hat viel Blut verloren. Wo... Worauf willst du hinaus? Er mag ein zäher Bursche sein, aber wir müssen uns beeilen. Und Samuel würde uns nur aufhalten. Matthäus. Du glaubst doch nicht, dass ich ihn einfach hier lasse. Deine Entscheidung, Theresa. Ich sag dir nur ehrlich, wie es ist. Selbst wenn er mitkommen würde, würde er wohl nicht bis morgen überleben. Tut mir leid. Hm. Wir könnten ihn tragen. Wir könnten für ihn eine Trage bauen. Habt ihr hier irgendwo Seile und etwas Stoff? Mit Trage sind wir zu langsam. Und wenn er nicht ruhig liegt, verschlechtert sich sein Zustand nur weiter. Und uns kostet es Kraft. Bleiben wir eben alle hier? Ne, das ist auch keine Option. Nun gut. Ihr holt Hilfe und ich bleibe bei ihm. Dann geht. Und ich bleibe hier. Schickt Hilfe, sobald ihr in Tallemberg seid. Bist du sicher, Theresa? Nö. Du solltest mit uns gehen. Ich werde ihn nicht im Stich lassen. Ich bin sonst ganz allein. Bis morgen bringe ich ihn schon durch. Und ihr flieht, um in Tallemberg Alarm zu schlagen. Herr Divish ist ein guter Freund von Herrn Ratzig. Und wird alles tun, um zu helfen. Du lässt dich wohl nicht davon abbringen. In der Mine sind Fackeln. Und Wasser zum Waschen von Samuels Wunden sollte es dort auch noch geben. Ach, und wechselt seine Verbände. Ich danke dir. Ah, ja. Theresa. Der Herrgott schütze dich. Matthäus. Ich werde Hilfe aus Tallemberg schicken. Bleibt, wo ihr seid. Ich beschleicht aber das ungute Gefühl, dass er leider recht hat, der Matthäus. Dass... Dass der Bruder von der Theresa das nicht schaffen wird, bis zum nächsten Tag. Aber wenn ich mich recht entsinne am Anfang, war ja nichts... Was ich alleine dann nachher mehr oder minder schlug da auf und hat Heinrich rausgehauen. Wie gespeichert. Okay. Blut ist dicker als Wasser. Das ist erstmal so. Hab ich hier noch irgendwo ne Fackel? Perfekt. Hab ich. So. Jetzt sehe ich auch mal was. Wir halten zusammen. Quest. Ja. Schön. Was soll ich tun? Soll ich mit Samuel erstmal quatschen? Ah, behandeln. Die Verbände sind mit Blut durchdringend. Ich muss sie wechseln. Und ich brauche etwas, das die Heilung anregt. Zumindest Ringelblumen, damit sich nichts entzündet. Und Wasser brauche ich. Matthäus meinte, in der Mine werde ich fündig. Drei Stückelein verbinden zum Samuels Wunden. Eieieiei. Okay, gucken wir erstmal auf die Map. Ach Gott. Finde zehn Ringelblumen. Verhandle Samuel. Verhandle Samuel. Verhandle Samuel. Ja. Drei Stückelein. Finde Wasser, um Samuels Wunden zu säubern. Boah. Shit. Und wieder in diese schön, tolle, dunkle Mine. Aber diesmal müssen wir hier wenigstens nicht den Sneaky Beat machen. Hier gibt's Äppel. Eine Fackel. Toll. Ach du Arzt. Stecken wir erstmal das Schwert weg. Schon wieder Wasser. Okay. Jetzt sind wir hier nur gerade ausgelatscht. Gehe jetzt gleich mal rechts. Mal schauen, ob wir da rauskommen. Wasser holen, ja. Perfekt, mach ich. Du hast da halt ein Wasser. Okay, das Wasser haben wir. Check. Haken dran. Dann zurück. Die Ringelblumen müssen wir wahrscheinlich draußen sammeln. Handle Samuel. Leinen. Leinen. Gibt's hier noch irgendwo Leinen? Mal gucken. Ja, hier ist die Höhle zu Ende. Okay. Dann... Wieder hier zurück. Dann gebe ich mal geradeaus. Ich muss meinem Bruder helfen. Okay. Dann geht's auch nicht weiter. Dann... Raus aus der Mine wieder. Mit schnellen Schritten. Kutu, 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 kutu. Jetzt verschnaufen. Uh. Oh, jemini. So. Fass. So. Und hat brav draußen gewartet. Wasser. Ich habe noch nicht alles, was ich brauche. Okay, ich muss erst... Ich muss alles zusammen sammeln. Die Prügel sind alle leer. Hier in die Richtung. Zehn Ränge Blumen. Gerade. Einmal. Ja, das war doch richtig unterwegs. Okay. Ich könnte wetten, dass wir hier dann noch... Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Spitzer könnte für mich suchen. Das ginge schneller. Spitzer das Kommando such. Ja. Wie mache ich denn das? Spitzer. Komm her. Such. Mal sehen, ob du hier etwas erschniffelst. Such. Ja, Wasser hat er gefunden. Perfekt. Suchst du jetzt noch was, oder? Digga. Such. Seh zu. Okay. Also der Hund ist irgendwie gerade... Ah, jetzt sucht er wohl doch. Wollte gerade schon sagen. Der bringt mich leider nicht weiter. Aber... Oh, jetzt habe ich aber was gefunden. Uff, uff, uff. Dann mal hinterher. Ich folge auf dem Fuße. Das ist die Ringeblut? Ne. Vollort. Ja, perfekt. Was hast du denn hier? Hier? Hier, Getreide, Wein. Aha. Das ist im Prinzip ja nicht schlecht. Dann wär erstmal mit. Was ist... Findest du noch was heute oder? Oder nicht? Nein. Okay. Suche ich lieber selber nach dem Kram. Oh nein. Und weg. Ich bin weg. Tschüss. So. So weit weggelaufen, wie es irgendwie ging. Das war ja zu erwarten, dass jetzt hier mitten in der Nacht wieder irgendwelche Typen rumrennen, die mir den kleinen Leder wollen. So ein Schrott. Jetzt verharre ich erstmal kurze Dinge, die da kommen. Auch halt noch diese bekloppten Ringeblumen, ne? Und halt irgendwo Leinen. Schon mal schwer draus. Ja. Untertitelung. BR 2018 Spitzer, was bellst du denn? Hast du was? Ah, Ringeblumen. Perfekt. Die brauche ich. Ist noch ein Feuer? Noch da hinten unterwegs, okay. Oha, die hat es hinter sich, wa? Leinen für Verbände. Perfekt. Er hat Gift mit. Toll. Was soll ich denn mit Gift? Ich brauche kein Gift. Ringeblumen, verdammte Hacke. Ja. Zack. Ja, ja, ja. Der kommt mir langsam immer dichter. Fört mir nicht so. Oh, klar wird mich schon voll. Ja, natürlich kommt er jetzt. Oh, einer mit Pfeil und Bogen sogar. Ei, ei, ei. Weg. 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 Jetzt suche ich erst mal das Weite. Okay, jetzt sind wir erst mal raus aus seinem Angriffsradius. Also mal klein und hässlich. Wollen wir mal gucken, dass wir hier dann einfach nur gerade wieder zurückgehen. Wo bist du denn, Amigo? Da ist er. Das und den auch noch. Jawohl. Haben wir ihn? Sehr gut. Spitzer. Perfekt. So. Dann haben wir jetzt nämlich auch gleich mal ein bisschen... ...bisschen mehr Ruhe. Trank des Nachtfalken. Was macht der dann? Dass du sehen kannst. Oh, perfekt. Genau das, was ich brauchen kann. Okay, aber Verband hat er nicht. Nee, schade. Sehr gut. So. Wenn wir jetzt nämlich in Ruhe weiter suchen, müssen wir uns nicht die ganze Zeit Sorgen machen, dass hier uns irgendwie einer behelligt dabei. Also, hier hin zurück und hier gab es irgendwo, wo standen hier Ringeblumen. Mal schauen, ob wir das wiederfinden. Ah, ich glaube hier stehen welche. Ja. Zack. Die Hälfte haben wir schon mal zusammen. Ist eine Ringeblume hier? Hallo? Ja. Sehr gut. Es wird, es wird. Genau, hier sind nämlich die Leichen. Die hatten ja nichts mehr weiter. Gibt es hier trotzdem noch Ringeblumen. Ah, guck mal, hier steht auch noch eine versteckt. Hallo? Ja. Jetzt hat er's. Sehr gut. Okay. Jetzt haben wir schon mal einen ganzen Schwung Ringeblumen. Ich guck gerade hier, dass wir uns vielleicht diesen betrinktes Nachtfalk mal reinhauen. Ich glaube, den esse ich jetzt einfach mal. Uh, so. Ist alles noch ein bisschen heller. Na, jetzt bloß die Frage, lassen wir die Fackel mal weg? Kurz weglassen. Oh, Tatsache. Kann man eigentlich ganz gut gucken jetzt, ne? Hallo? Okay. Die Ringeblumen einsammeln. Okay. Acht von zehn haben wir. Zwei Stück nur noch. Kann man wesentlich besser gucken. Da oben sind nochmal zwei unterwegs. Ah, ich will nur noch Ringeblumen. Die sollen mir vor mein Leib rücken. Sind das noch welche? Ah, hier sind noch welche. Perfekt. Ah, kann man echt wesentlich besser gucken hier. Ist so richtig gut, das Zeug. Und ich glaube, daneben dran stehen direkt nochmal welche. Dann haben wir die zehn Ringeblumen schon zusammen. Sauber. Okay, die haben wir. Ringeblumen, Haken dran. Dann brauchen wir jetzt nur noch die Laien zum Verbinden von Samuels Wunden. Gott, wo soll ich da denn auch wieder nachsuchen? Das kann doch auch schon wieder eine interessante Nummer werden. Okay, da waren jetzt natürlich Leichen, die da was hatten. Gut, okay, aber war jetzt auch ein ganzer Bereich einfach, ne? Such mal alles ab, so nach dem Motto, ja. ein ganzer Samuel. Das ist doch... Gott. Die beiden Typen, die lasse ich da erstmal rechts liegen. Jetzt mit einem anlegen, das war schon risky genug. Jetzt noch mit einem zweiten, das muss nicht sein. Irgendwie durch, ja. Oder? Hallo? Jump. Teresa, you can do it. Ne, doch nicht. Okay. So, hier am Außenrum. Ja. Das geht. Sehr gut. Also, ich bin immer noch total geflasht von diesem Trank, ne? Ich finde den richtig gut. Was bellst du schon wieder? Was ist? Was suchst du denn? Ingeblumen haben wir jetzt. Wenn du jetzt noch Verbände erschöpfen kannst, wäre das natürlich ein Traum, aber ich glaube da irgendwie noch nicht dran. Mal hier hoch. Aufruf. Ah, hier ist auch noch wieder Licht. Hier ist wieder Licht. Ich will keine Falle rinderen. Ich habe hart keinen Bock drauf. Kommt nämlich einer mit einer Fackel die Straße wieder runter? Okay. Dahinter kommt gleich die zweite. Ich weiß, dass er die jetzt da ankläfft, aber ich bin jetzt erstmal an den vorbei. Das ist erstmal das Wichtigste. Dann gucken wir mal auf die Map. Aber hier hinten, hier unten in dem Bereich, da ist irgendwie noch, ja keine Ahnung, irgendeine Hütte, irgendein Köhlerhaus oder so ein Kram. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht noch was gibt, was wir gebrauchen können. Mal gucken sollte. So. So. Was ist hier? Hier oder was? Eine Mühle. Das ist mal hart links. Hier eigentlich über den Berg wahrscheinlich. Bergkamm. Schauen. Oh. Oh, auch schwerer Licht. Das ist auch ein Komane. Okay. Wir kommen auf die Karte. Nur auch fast da, wo ich hin wollte. Hier ist es, glaube ich. Ah, hier ist ein Häuschen. Auf jeden Fall gebaut, oder was weiß ich was, was hier ist. Hier sind ein paar Leichen. Die haben alle nichts, oder was? Und dann. Leine für Verbände, perfekt. Was, bitte? Das ist knacken sehr leicht. Gucken wir mal, was ist hier. Hilf mir. Entriegelt. Ich sehe gerade noch gar nichts. Komm mal auf hier, den Hügel. Hilf mir. Bitte. Schlafen und speichern. Ich könnte jetzt schon mal schlafen und speichern. Das wäre ja natürlich. Weil da draußen scheint auch irgendwo eine Hilfe zu brauchen. Oh. Hilf mir. Bitte. Wem bellst du denn hier an, Spitze? Ich sehe hier nichts. Müssen wir mal die Fackel anmachen, oder was? Hier. Hier drüben. Wo denn? Wer du auch bist. Hilf mir. Ah, da ist er. Hilf mir. Bitte. Wie kann ich dir helfen? Töte mich. Es tut so, so weh. Warte, ich bringe dir Verbände. Ich, äh, ich kann nicht mehr. Hilf mir. Bitte. Ich erlöse dich von deinem Leid. Komm. So, hat er noch irgendwas? Mal gucken. Nö. Nicht wirklich. Okay, ähm, ich fand diese Option jetzt mit hier vielleicht schlafen und speichern ganz, ganz attraktiv. Du darfst keine... Na, okay. Das habe ich mir fast gedacht. Na gut, dann machen wir unsere Fackel wieder aus. Okay, noch haben wir von dem... Von unserem Nachtsichtrank her ein bisschen gut. Gehe ich nur hier dran vorbei, an dem Typen. Wieder. Dann... müssten wir auch fast unfallfrei zum Bruder kommen können. Samuel. Schauen. Okay, mal gucken, ist es noch weit. Nicht mehr weit. Die Augen offen halten, dass hier auf dem Weg keiner unterwegs ist irgendwie. Dass wir hier mit welchen Typen direkt in die Arme laufen. Natürlich muss schon aufpassen. Ja, wo hängen wir denn fest? So, jetzt. Jetzt können wir Samuel behandeln. Ist aber auch echt finster wie im Bärenarsch, ne? Samuel bewegt sich irgendwie auch nicht mehr so viel. super. Okay. Okay. So, jetzt. Okay. So, jetzt. zeitsprung ist der morgen samuel ist doch komplett entschlafen samuel komm doch auf samuel ach jetzt auf aufwachen samuel vergisst du wachst jetzt sofort auf samuel nein 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 du darfst nicht ach doch bitte auf samuel peter nein 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 Ja, schön da. So viel gegeben und doch nichts gebracht. All die Toten. Spitzer. Was sollen wir jetzt bloß tun? Denkst du, irgendjemand im Dorf hat überlebt? Vielleicht in der Burg? Ja, da wollen wir doch mal herausfinden, ob jemand hinter der Palisade überlebt hat. Macht es nicht. So weit rennen wieder. Ja, dann sehen wir uns gleich. Okay, oder auch nicht. Spitzer läuft irgendwo anders hin. Wollen wir mal gucken, was der vorhat. Lass. 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 Sie sollen bestimmt diesen Weg hier lang rennen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Gute Leute, du helft mir! Holper? Was ist passiert? Was schreist du hier herum? Du lockst die Heiden an. Ich muss hier verschwinden. Und zu den anderen. Sie warnen. Wie hast du den Angriff überlebt? Äh, ich versteckte mich oben auf dem Hügel, bis es dunkel wurde und das Geschrei verstummte. Ganz gar, es brannte lichterloh. Ich weiß. Ich saß auch. Ich wollte nach Talmberg, um Alarm zu schlagen. Aber als ich im Dunkeln runterkletterte, verlor ich den Halt und rollte wie ein Sack Kohle nach unten. Ich bin überall grün und blau. Du bist verletzt? Kann ich dir irgendwie helfen? Mit den Beinen stimmt was nicht. Hab es mir beim Sturz verdreht. Ich konnte noch bis zum Pfad humpeln. Aber jetzt geht nichts mehr. Versuch mir mal zu helfen. Ich will mir mal dein Bein ansehen. Vielleicht kriege ich das wieder hin. Na gut. Aber sei vorsichtig. Es ist geschwollen. Hm. Ich kann es verbinden. Aber mehr auch nicht. Ansonsten fällt mir nichts ein. Ich kann versuchen Verbände aufzutreiben. Ich wäre dir dankbar. Gibt es weitere Überlebende? In der Ferne sah ich welche. Aber ich traute mich nicht nach ihnen zu rufen. Es waren noch Plünderer zuhauf in der Nähe. Gut möglich, dass du noch auf Skale zertriffst. Ich gehe. Warte hier. Zack. Da haut unsere Night Vision wieder direkt rein. Äh, ja. Dann gucken wir mal, was die Map hergibt. Ach du. Ach du ahnst es nicht. Überlebenden. Überall sollen wir jetzt nach Überlebenden suchen. Ja. Schön. Äh, ja. Gut. Kriegen wir hin. Irgendwie. Mal gucken. Wenn ich mir jetzt schon den Weg hier angucke, wie wir hier rumlaufen sollen. Ach du. Naja. Wird schon alles werden. Ähm. Ja. Wir haben diese unschöne Nacht hinter uns gebracht hier. Und ähm. An dieser Stelle, denke ich, machen wir dann jetzt auch einen Cut. Und dann freue ich mich darauf, euch in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Äh. Es war auf jeden Fall sehr spannend, sehr nervenaufreibend. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Äh. Einen Kommentar oder ein Abo da. Und ähm. Dann freue ich mich darauf, euch dann in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Bleibt unbedingt dran, wie es dann um Theresa weitergeht. Und bis dahin, bleibt mir jetzt erstmal nichts anderes übrig, als euch noch einen granatenstarken Tag zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.